hallo und herzlich willkommen zu mr luke zockt pro cycling manager 20 23 heute zum großen saison finale den anfang machen wir erstmal mit kleinen vorbereitungs rennen italienischen klassikern giro del emilia am ende kommt dann das große highlight das letzte monument die lombardei rundfahrt hoffentlich können wir da noch mehr erfolgreich sein ich habe nämlich einige gute fahrer auch im opform am start dazu dann aber später und am ende blicken wir noch mal auf diese saison mit bora hier zurück ja ganz ehrlich es wird schon aufeinandertreffen von großen jungs geben pogi roglic ayuso mco jetzt sind dabei aber wir haben roglic hintley und martinez und wie ihr seht quasi alle im formhöhepunkt noch mal für unser finale also da will ich gerne noch mal ein paar siege sehen ohne bildet sich eine ausreißer gruppe hauptsächlich aus continental teams ich denke richtig wird es erst rund gehen ganz am ende wenn wir hier auf so einen rundkurs kommen wo wir fünf mal hintereinander den gleichen anstieg haben san luka wo ganz am ende dann oben da auch das ziel ist durchschnittlich knapp acht prozent zwei kilometer lang oder kurz also kurz und knackig da wollen wir das verhält ein bisschen auseinander nehmen später 38 kilometer haben wir noch zirka wir fahren jetzt das erste mal hier nach san luka rhein ohne noch die ausreißer und andrea baggioli versucht sich jetzt hier mal allein abzusetzen hier einmal den bora express hier ein da sieht man dann auch schon mal die ziel durchfahrt wieder mal eine kleine welle dann gibt es noch mal so eine gegensteigung und das ist so das was uns hier am ende erwartet ja viele viele leute die hier für ein ergebnis bei uns in frage kommen ich baue erst mal auf roglic so als nummer eins aber auch martinez und hintley könnten da vielleicht um den sieg mit fahren im prinzip geht es jetzt eigentlich die ganze zeit quasi nur hoch und runter das heißt hier nach diesen beiden anstiegen hat man eine längere abfahrt und dann geht es direkt wieder in den nächsten anstieg also plan ist jetzt auf den letzten kilometern das von vorneweg ihren grund und boden zu fahren so haben wir heute ein überragendes team also klar lombardei rundfahrt sieg da würde ich gegen emilia und co eintauschen so ist ja nicht aber wir wollen schon mal mit einem erfolg hier ein stimmen und ich will echt die lombardei rundfahrt gewinnt wir haben jetzt hier schon mal eine super selektion herbeigeführt nur 22 leute hier sie thomas tiberi und co lutsenko die sind alle hinten dran während leonard kemner uns hier schon wieder mit vollgas in die abfahrt rein führt alle philippe adam yates ogie ayuso die sind zwar noch dabei im co ebnenpool tom pitcock auch wir erhöhen jetzt noch mal das tempo sind nämlich nur noch 19 kilometer adam yates attackiert hier überholt quasi die ausreißer gruppe aber leonard kemner ist direkt aufmerksam beim hinterrad gibt da noch mal ein drüber und dann knallen wir jetzt rein in den vorletzten anstieg jetzt noch mal die komplette durchfahrt aller für lieb attackiert wir werden hier jetzt rüber ziehen immer ruhig auf nur 99 kann immer beiseite gehen und glitz und händler nutzen die energieregel martinis steigt hier noch mal drüber und dann kann ja eigentlich auch kaum jemand folgen kemner kann hier mal rausnehmen nur jetzt hatten wir gerade am hinterrad hier ist aber das loch jetzt aufgegangen das heißt wir haben uns vorne mit vier mann abgesetzt martinis knallt das komplett durch adam yates versucht das loch zu schließen in die abfahrt rein das gelingt dem jetzt tatsächlich noch mal sogar aber können seine kapitäne ayuso und pogacá da noch mal in eine aussichtsreiche position kommen wir knallen weiter runter okay martinis habe ich jetzt für die abfahrt muss ich gestehen nicht den besten ausgewählt my bad aber es sollte hoffentlich dennoch reichen um den vorsprung hier mit nach oben zu tragen so links rum und dann geht es direkt wieder hoch bleiben einfach mal bei der devise 99 knallen jetzt hier durch das auto durch vorhin ja und unser australier wird hier jetzt noch mal ein drüber geben max schachmann kann das auch tun da überrunden wir noch leute und können uns im prinzip aussuchen oder auch nicht eben im pool und pogacá kommen noch mal an da war ich vielleicht ein bisschen zu voreilig aussuchen wer gewinnt können wir uns nicht aber er wolle am ende siegt jahre hindley vor primos roglic pogacá auf der drei ebene pool auf der vier schachmann auf der fünf also am ende noch mal knapper als gedacht aber doppel sieg für team bora da haben wir unsere dominanz erst mal unter beweis gestellt ein tag später ging es ebenfalls in italien weiter fast ebenfalls so erfolgreich loria lipovitz hat hier mal die chance bekommen als leader bei coppa agostini auf ergebnis zu fahren musste sich knapp gegen kovi geschlagen geben hier waren zwar auch gute leute dabei aber nicht ganz so stackt das feld wie eben weiter geht es bei tre valivarezine ebenfalls hügelig ein bisschen durch rotiert roglic schachmann kemner hindley und noch am start dazu kommen adria aliotti und egita das starterfeld relativ ähnlich zu dem eben aber hier haben wir noch ein bisschen drin stärkere dabei mats pedersen sogar 75 hügel ist einfach ein krasser typ er kann sogar hier im sieg mitfahren wir haben vorne eine neunköpfige ausreißer gruppe ausschließlich nur italiener dabei heute machen wir es mal ein bisschen anders und zwar nehme ich nicht die ganze team stärke wir lassen die anderen teams ackern und dann will ich später versuchen mal mit einzelnen attacken erfolgreich zu seinen ländern kemner richtig mal den vortritt wir haben genügend optionen vielleicht weil es nicht ganz so schwer ist klar es geht die ganze zeit hoch und runter aber jetzt nicht so krass steile kurze anstiege vielleicht wird es auch eher ein sprint aus einer reduzierten gruppe dafür hatten wir roglic dann immer noch am start oder auch schachmann zu müsste das hauptfeld aber auch mal langsam wieder ein bisschen näher an die ausreißer ran kommen vielleicht stelle ich mir das auch einfacher vor als es ist die anderen teams im hauptfeld geben schon gas aber schaffen es immer noch nicht so wirklich den abstand entscheidend zu reduzieren ich würde aliotti gleich mal als kleine startrampe nehmen und versuchen mit kemner uns abzusetzen wer weiß vielleicht kann man auch eine andere gruppe bilden ebene pool attackiert er hier ja tatsächlich wahrscheinlich eh nicht weggefahren lassen aber wenn ich jetzt sogar mal interessant da mit kemner eben mitzugehen aber ich vermute dass die das eh nicht erlauben so wir versuchen jetzt mal die attacke mit kemner denn jetzt geht es gleich wieder berghoch so remkos attacke ist kontert wir gehen mal gemeinsam hier mit aller philippe auf tour schauen mal ob das was wird sieht zumindest schon mal ganz gut aus aller philippe und kemner machen sich hier davon bleiben im hinterrad machen führungsarbeit der rest von unseren jungs bleibt hier im feld ja aber da wir das loch direkt wieder zugefahren kemner ahrensmann jates also ich glaube man kann sich da nicht so ganz lösen nächste attacke noch mal von remko ebene pool initialisiert war julie da im hinterrad kemner ist mal ein bisschen mitgegangen kann jetzt aber auch nicht mehr die sicherste variante ist einfach immer in die aus skytrain hier zu machen aber versuchen wir es heute mal ein bisschen anders die ausreißer sind jetzt eingeholt wir haben nur noch 20 kilometer wir versuchen es noch mal mit max schachmann attackiert hier in die abfahrt mit vollgas folgen mal fabio christen konnten uns leicht absetzen der doch ein ganz schönen antritt aber direkt hat ue das loch geschlossen almeda versucht einen drüber zu geben aber heißt glaube ich aussichtslos bei dem profil da kommt heute keiner weg so attacke der hat natürlich noch mal ganz anderen antritt als die meisten anderen jungs pedersen kann nicht folgen hier reißt jetzt ein ganz kleines loch könnte natürlich eine entscheidende lücke sein wir müssen uns jetzt hier richtig sputen sieben kilometer noch und abfahrt und dann letzter anstieg ja wir müssen vollgas geben zu gefährlich als dass man da nur glück stehen lassen könnte die gita verzieht ich hier mal bitte ein bisschen so das loch ist geschlossen 19 mann noch in dieser gruppe hier sehen was die fährt sich immer weiter auseinander und da hinten zieht jetzt das ding hier von vorne an Pogacar und evenepul sprinten bereits los und aber noch über zwei kilometer also das finde ich ein bisschen früh roglic hält sich hier noch am hinterrad auf wir machen weiter ein kilometer ist es jetzt noch ungefähr wir warten mal lange bevor wir hier los sprinten roglic und schachmann geben gas ich denke jawohl da ist keiner mehr in der lage dazu da noch einen drüber zu geben sieg für roglic vor schachmann Pogacar wieder dritter die üblichen verdächtigen spielen hier wieder mit bei lüttich bastonje im frühjahr hat es nur zum dritten platz gereicht bei den anderen monumenten wir wenn man mal ehrlich ist überhaupt keine chance was können wir jetzt hier bei lombardia reißen roglic auf seinen alten tage als leider ich glaube nicht mal geschafft zwei wochen den vorm höhepunkt zu halten vielleicht wird er also zum helfer heute degradiert wir haben trotzdem saustarkes team so ist es ja nicht und ich hoffe wir können jetzt genauso erfolgreich sein wie die letzten beiden tage auch heute versuchen wir mal wieder ein bisschen was anderes bob jungels unser ausreißer könig das kennen wir schon vom geo her ist hier heute dabei der ist in der neunköpfigen ausreißer gruppe ich hätte gerne auch florian liebowitz noch dabei gehabt aber gut nicht erlaubt mal schauen wie weit die gruppe hier kommen kann die lombardei rundfahrt ist natürlich ein bisschen bergiger als die letzten rennen so ist es ja nicht deswegen haben wir hier auch jonas winge gar mit seiner 83 berg wieder am start hier mal ein kleiner blick auf das was hier noch an anstiegen bevor steht also passt so die gander 8,4 kilometer durchschnittlich 7,6 maximal 12 prozent das hat schon in sich die ausreißer gruppe befindet sich jetzt 78 kilometer vorm ziel er hat hier in einen der längsten anstiege heute rein sammler alter in zwei geteilt geht aber ordentlich weit hoch und wir haben noch einen vorsprung von knapp drei minuten 20 da sieht man dahinter schon das hauptfeld und ohne den anderen da jetzt zu nahe treten zu wollen ob jungl sieht für mich hier eindeutig wie der stärkste werkfahrer aus wenn wir die noch mit einigermaßen energie in den pass so die gander mit einem kleinen vorsprung reinbringen können kann er noch mal wertvoll sein im hauptfeld gibt es attacken pio bau und david gudy versuchen sich abzusetzen 74 kilometer vorm ziel momentan wir fahren hier kein führungstempo wir sind nur auf position halten macht keiner so richtig tempo von daher bietet sich hier noch die möglichkeit aber ich glaube das ist soweit für bilbao um jetzt zu jungls und co ganz vorne aufzuschließen aber vielleicht nicht wenn er das nicht alleine machen muss gudy und herada haben sich noch dazu gesellt eine minute abstand zum hauptfeld und knapp zwei minuten nach vorne zu der ausreißer gruppe es gibt noch einen weiteren schwung an attacken sana piganzoli almeida simon yates garen thomas also team wismar wird hier ordentlich unter druck gesetzt diverse andere aber wismar fährt hier weiter auf kontrolle für winger wird schön erstmal dahinter im hauptfeld wir haben ja noch bob jungls vorne und der luxemburgische meister hat ja unter anderem in echt auch schon mal ist vor ein paar jahre her aber lüttich person hier lüttich gewonnen also der kann schon was wie jetzt seht haben wir hier aber inzwischen 18 mann weil hier einige aufgeschlossen sind ein mädler james bau thomas und so weiter deswegen was ich die jetzt erstmal hier ein bisschen machen aber im hauptfeld zieht das tempo hier ordentlich an weil natürlich einige teams zum beispiel wismar nicht zufrieden damit ist das problem ist jetzt leider dass auch die ausreißer gruppe ja dadurch dass die ganzen großen namen dazugekommen sind nicht mehr vernünftig zusammengearbeitet hat deshalb wurde man jetzt hier in dem tal sogar eingeholt was ist wenn wir rausnehmen können wir vielleicht mit bob jungls noch mal eine zweite welle starten mal gucken was dann passiert ja er kommt nicht so wirklich weg dann switchen wir um ich will dennoch offensiv weiterfahren hier attackieren jetzt welche gall thomas und co benutzen erstmal noch gerade unsere helfer sind auch noch 34 kilometer jetzt sind wir aber in den letzten richtigen berg drin das andere ist nur noch so ein kleiner kicker da kurz vor dem ende leicht machen wir das jetzt einfach mal so dass wir mal mit danni martinez attackieren jetzt erstmal bremst hier ein bisschen die konkurrenz aus ja geil und martinez hat weiter eine 85 wenn kemner den beschützen kann gut wenn nicht dann ist auch egal und hintley und roglitz waren jetzt hier im hauptfeld weiter so pogacar macht sich hier auf dazu folgen aber jetzt auch nicht so wirklich konsequent kemner kann nicht mehr folgen ist nicht schlimm und martinez zieht hier seine kreise erstmal mit 85 der hat es gar nicht mehr so weit vielleicht noch eineinhalb kilometer würde ich schätzen bis nach ganz oben das sieht im moment gut aus würde ich sagen er hat schon gewonnen so nicht aber ich reagiert keiner so richtig eine minute und dahinter wir haben jetzt nur noch 25 mal im hauptfeld da muss dann sich einer natürlich opfern und hinterherfahren almeda ist das jetzt so einigermaßen für uae wir haben immer noch roglitz und hintley im hauptfeld und martinez hat es gleich geschafft jetzt genau in dem moment geht er in die abfahrt rein regenerieren wir ein bisschen okay martinez wieder jetzt die schwäche das abfahren ich hoffe der verliert nicht so viel zeit in dieser fahrt ist nämlich schon relativ lang denn wir haben auf der anderen seite ja toll jetzt in carlos rodriguez mit einer 81 der in die abfahrt attackiert das natürlich äußerst ungünstig da müssen wir jetzt auch aufpassen dass wir da dabei bleiben martinez hin oder her zwölf kilometer vom ziel ist die ausgangslage wie folgt martinez jetzt auf dem flachstück dahinter kommen carapaz und pogacan die haben sich ein bisschen abgesetzt und dann das hauptfeld wenn man so will 19 fahr 17 fahrer wir fahren für zwei hintley folgen aber erst mal nur hintley hat eine reifenpanne ach du scheiße genau zum ungünstigen zeitpunkt ja war man noch hinterher mein junge aber das sieht gerade erstmal schlecht aus roklitsch orientiert sich an weniger und unser heißes das eisen im feuer ist dann im martin ist das wichtig ist eigentlich mit dem nicht zu überziehen werden noch einen kleinen anstieg wenn das jetzt flach wäre würde ich sagen der hat gewonnen ist es aber leider noch nicht aber passt pogacan eine halbe minute abstand ich glaube ich gehe hier erst mal echt wieder ein bisschen chilliger das ganze an wir haben nur noch diesen einen kleinen kopfstein pflaster anstieg 30 sekunden carapaz und pogacan dahinter haben wir roklitsch mit dem folge ich jetzt einfach finge gar martinez ist gleich platt martinez ist gleich platt aber auch carapaz und pogacan können nicht mehr viel dazu beitragen ich glaube es sieht gut aus roklitsch relativ nah herangekommen wo ist roklitsch roklitsch jetzt am hängen hinterrad von wingega da hinten sieht man dann die martinez es geht aber eigentlich nur noch wie er abfahrt ins ziel leicht flach ganz am ende aber sollte ja wohl eigentlich reichen selbst bei seinen nicht vorhandenen abfahrt künsten jawoll dann die martinez gewinnt die lombardei rundfahrt das kann man sagen jetzt aber wir springen schnell dahinter um im sprint von wilder zweiter starkes ding roklitsch auf der rechten seite hier fünfter holi shit nice man monument sieg durch daniel philippe martinez und das im solo wunderschön vorbereitet von lennart kemner am pass so die gander kann man nicht anders sagen schön danach die lücke aufgehen lassen ja und dann hat keiner das loch zugekriegt martinez hat es durchgezogen geile sau hier sehen wir noch mal das ergebnis am ende überraschend stark auch davide pigansoli okay er meint bei der entwicklung in game 80 berg krass aber trotzdem in dem konzert der ganz großen hier für team politikometer auf der 4 martinez wunderschön ja da sehen wir wir können demnächst das jahr auch wieder ein bisschen mehr zutrauen mit der guten vorbereitung also der abgang von vlasov vielleicht gar nicht so schlimm wenn man in lombardei sieger in seinen reihen hat pogacá hier sogar nur zehnte am ende viel investiert ähnlich wie richard carapaz auf der 14 und am ende nicht belohnt worden solide würde ich sagen auf der 5 das heißt wir haben uns hier endlich auch mal ganz oben eingeschrieben ja vor er fokus auf gesamtwertung nicht so oft die klassiker man natürlich bei uns jetzt in diesem jahr auch gesehen aber das heißt wir müssen bei den hügeligen und bergigen natürlich dann auch mal abliefern lbl dritter ist okay lombardia gewonnen aber bei den anderen eben ziemlich Chancen los mal gucken inwieweit wir das in den nächsten jahren dann ändern können dafür dass natürlich bei uns hier in dem bereich auch wenig verwunderlich nicht wirklich besser aus aber bei den rundfahrten angefangen von der tour down under die gita war ja zweimal erfolgreich bei der tour down under und bei der polenrundfahrt dazu roglic bei paris nizza und der katalonienrundfahrt und natürlich am allerwichtigsten die ground tours die roh platz zwei durch alexander blazow sehr schönes ergebnis für france gesamtsieg primos roglic das lebt natürlich über allem das große ziel was wir hier erreicht haben und bei der vuelta immerhin einige etappensiege so ist ja nicht sechs stück an der zahl punkte wertung mit danni martinez und jetzt eben noch die lombardei rundfahrt seinerseits das heißt so sieht es in der season aus laut van aert auf platz eins im individuellen class maur primos roglic auf der zwei martinez springt auf die sieben das auch stark performt kann man nicht anders sagen auf der acht endlich wird im nächsten jahr noch ein bisschen anziehen müssen der hatte jetzt auch nicht die meisten renntage gebe ich zu aber dass wir der schultern müssen schachmann und die gita auch nicht so schlecht im sprint bereich haben wir natürlich noch ein bisschen nachholbedarf aber overall als team eindeutig das beste team was die punkte angeht wie schaut es bei den siegen aus wie amigel andre lopez kein wunder bei medellin deutlich der beste und anodeli kommt danach auf volle tourniveau jasper phillipsen der beste sprinter der welt in meinen augen mit 17 siegen aber lasov und roglic mit zwölf siegen gar nicht so schlecht sam wells fort auch acht ließ sich erstmal gar nicht so schlecht wenn man es gleich noch mal anschauen was sam so im ganzen jahr dann eigentlich gewonnen hat denn ja ich meine restlos zufrieden sind wir da war ich nicht tot an ander immerhin ein sieg dann haben wir bei der alula tour reisige aske land nix giro soweit ich mich recht entsinne er leider nichts deutschland tour nichts benevitour nichts wenn ich nichts sage meine ich siege jahren zweiter dritter platz alles schön gut aber brinter werden an den siegen gemessen ihr campion shop van flanderen hat er noch mal gewonnen und an bei der tour auf taihu lake noch mal zwei etappen siegel da würde ich sagen das ist verbesserungswürdig im nächsten jahr aber das liegt auch nicht nur an ihm sondern an dem wir eingesetzt und in szene gesetzt wird so ist das ranking hier von der stärke her bora voraussichtlich auf platz sieben das team welches wir im nächsten jahr haben werden also den kader habt ihr schon gesehen vielleicht wird da sponsor her mehr verrate ich jetzt mal noch nicht oder von unserer ausrichtung in der zweiten saison noch ein bisschen das überraschendes geben aber das seht ihr dann beim nächsten mal ich hoffe das video und allgemein die erste season mit bora hansgrohe hat euch gefallen lasst doch gerne like und abo da kommentiert mal was für euch so die saison highlights waren wahrscheinlich der tour de france sieg aber vielleicht habt ihr persönlich ja noch das ein oder andere mancher was euch besonders gefallen hat schreibt mir gerne in die kommentare und schaltet gerne beim nächsten mal wieder ein wenn es heißt mr luke zockt pro cycling manager 2023 bis dahin macht's gut ciao